Wenn wir all dieses betrachten, die Verwirrung, das große Elend, das unendliche Leid, würde jeder ernsthafte Mensch sagen, dass diese Gesellschaft sich wahrscheinlich nur ändern kann, wenn jeder Einzelne, der einzelne Mensch, sich wirklich radikal selbst verändert. Das heißt, sich von Grund auf erneuert. Und die Verantwortung dafür hängt vom Einzelnen ab. Von dem Menschen, der sich bewusst ist, der großen politischen, religiösen, wirtschaftlichen Verwirrung. In all diesen Bereichen gibt es so viel Elend, so viel Unglücklichsein. Und wenn sie dieses sehen, ist es ein wirklich ernsthaftes Anliegen, sich selbst zu fragen, ob ein Mensch wie man selbst oder ein anderer sich einer grundlegenden, radikalen Transformation unterziehen kann. Und wenn diese Frage gestellt ist und wenn der Mensch seine Verantwortung in Bezug auf das Ganze sieht, dann vielleicht können wir uns darüber unterhalten, welche Beziehung Wissen und Zeit in der Transformation des Menschen hat. Die meisten Menschen befassen sich nicht ernsthaft mit den Ereignissen, dem Chaos und der gegenwärtigen Unordnungen der Welt. Sie befassen sich nur sehr oberflächlich damit, das Energieproblem, das Umweltproblem und so weiter, alles oberflächliche Dinge. Aber sie befassen sich nicht wirklich mit dem menschlichen Geist, dem Geist, der die Welt zerstört. Aber die Menschen sind totales Stückwerk. Sie sind keine Individuen. Sie mögen ein Bankkonto, einen Namen, ein Haus haben. Aber sie sind keine wirklichen Individuen im Sinne eines kompletten, harmonischen Ganzen. Ungeteilt. Das bedeutet es wirklich, ein Individuum zu sein. Das ist wirklich, ein Individuum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020